Hallo und herzlich willkommen zu Tag Nr. 27. Wir schauen mal was es Neues gibt und es ist langsam Bewegung drin, denn der Lasse räumt schon seine Sachen weg. Hier stand ein großer Kleiderschrank, hier stand die Wanduhr, hier sein Liegestuhl und seine Bücher. Die sind schon mal alle verschwunden. Ansonsten schauen wir mal weiter. Hier ist noch alles beim Alten. Hier ist die Schnecke wieder auf Wanderschaft. Dann haben wir hier ein Regal was fehlt. Das hat er schon weg gewohnt. Und hier stand der große Holzstapel. Den hat er auch schon weggeräumt. Ja, das klingt nach Abschied. Der Abschied naht, denke ich. Ja, ansonsten ist hier nicht viel zu sehen. Wir haben keine Post. Mal schauen, vielleicht gibt es morgen ja wieder Post. Das war es für heute von hier. Ich hoffe ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.